ja hallo zusammen ich sag mal so das ist für heute die definitiv letzte folge es kann sogar sein dass eine sehr kurze folge grunst du kann sogar sein dass es eine serie ja 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 freundchen es kann sogar sein dass es eine sehr kurze folge wird wir sind jetzt im dritten schwierigkeitsgrad dieses dungeons ich weiß auch nicht ob wir das nächste mal dann gleich stufe 2 auswählen können oder nicht oder was oder wie ich kann es auch nicht sagen aber was ich sagen kann ist dass die gegner um einiges anstrengender was denn um einiges anstrengender geworden sind auch wenn es gerade aktuell nicht so aussieht das lassen wir mal hier mein freund so einen scheiß machen wir nicht ich sagte so ein scheiß machen wenn ich überhaupt lass das ich mag das nicht was am Ich mag das. Weg. Alter, Schwede, die teilen aber auch außen. Gut, dann werde ich aber die Folge mit der nächsten entsprechend verbinden. Aber ich wollte jetzt hier auch nicht einfach aufgeben. Das hätte ich jetzt für mich selbst blöd gefunden. Deshalb gehe ich jetzt den Weg, dass ich sage, okay, ich mache es. Ach, herrje. Das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich da einfach mal hätte reinholzen können. Weil man mich einfach mal hätte machen lassen. Ja, ihr seht diesen drei Level über uns. Das macht sich auch echt bemerkbar. Auch wenn die normalen Gegner zumeist, wenn sie in der normalen... Ach, hau ab. Was an... Ich hau ab, war jetzt nicht zu verstehen. Keine Ausdauer mehr. Jetzt aber wieder Ausdauer. So. Ja, es ist schon auf jeden Fall nicht mehr ganz ohne. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das einfach noch so ein Durchmarsch ist, wie es mal gewesen ist. Das ist vorbei. So, hau ab. Ja, was läuft's denn du? Was will's denn du von mir hier? So. Lalalalala. Okay. Uākéy. Au,au,au,au,au,au,au,au,au,au,au,au,au,au,au,au,au,au. alter ist jetzt mal gut hier die teilen echt ganz gut aus die burschen selbst die normalen burschen teilen jetzt ganz gut aus er macht ja nix war ja nur kacke wir gehen jetzt mal weiter hier rechts rum richtung ja ja ist klar warum habe ich hier also ich habe das gar nicht mehr drin ist gerade das mit den klingen weil ich habe auch nicht mehr plätze ich frage mich allerdings waren diese blöden plätze freigeschaltet werden oder ob das auch erst mit dem inhalts ab stirbst jetzt endlich mal wollte schon sagen wenn du nicht sterben willst würde ich das ziemlich blöd ach ja man kann ich ja mal abaschen so dann werde ich nämlich gleich im anschluss an diese aufnahme werde ich das ganze rendern hochladen die folge für morgen schon mal benennen also namen geben et cetera et cetera ja so dass ihr morgen auf jeden fall wieder alter ja 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 ist ja gut ist ja gut hier so abhauen was bitteschön war das kann das mal lassen ich habe es ja auch so gewollt und das sage ich nicht weil ich mir wachen will sondern im grundsatz habe ich auch so gebürt habe ich es ja auch so gewollt lass das nein 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 mein freund läuft ich bin schon fünf minuten überleben ich bin stolz auf mich irgendwie ein stück weit aber spätestens beim boss wird er nennen lass das doch bleiben hier ach ja 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 ich glaube wir kommen gar nicht mal mal mehr zum bus weil der hier ist scheiße ja hau da ab man ja danke wir haben noch einmal die frage ist für wie lange wir das überleben ich glaube nicht allzu lange da kommen auch noch mehr gegner ich glaube das ja alles nicht mit gifte ich glaube wir sollten mal in diese richtung weg kommen finde ich mal so lass den scheiß weg da weg da weg da lass den oh 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 hau ab das war's ja ihr lieben das war kein ich habe kein leben mehr nein ich habe kein leben mehr wartet mal oder doch ja doch ich habe noch eins was mir aber nicht wirklich weiter hilft glaube ich zumindest nicht hau ab du arsch siehst du dass du weg kommst du penner ich mag dich nicht oh lass es lasse es einfach hau ab du penner den haben wir weg und wieder hyperwürfel die ich auf jeden fall mitnehmen ja 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 so platz schaffen ich wollte ja auch gar nicht der stadtportal nutzen ich bin immer noch am leben und da schon seit acht minuten ein kompositpunkt noch leck mich doch am arsch platz schwupp 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 ja die richtung ist im übrigen nicht komplett falsch ich will gar nicht gegen den boss hier antreten überhaupt nicht never ever was hast du dabei scheiße hast du dabei was in dem viel in dem spiel fehlen wird vermutlich sind so crafting sachen weil die meinen diese diamanten einbauen ist ja so ein bisschen diablo style auch da kommt glaube ich der boss ich glaube ich jetzt mal auf zu erzählen und konzentriere mich auf das was auch nicht zu kommt ich habe da nämlich kein gutes lasst das ja ja ist klar ich habe angst ich habe angst ich habe angst weiß noch nicht mal ob das der boss ist nähe ist ja nichts zu weit das ist ein ganz normal dazwischen buch aus ab wieder die überwürfel naja da werden wir jetzt gerade mit tot geworfen nachher habe ich jetzt keine zeit für zu gucken die bahn das ist hartes lasst das also sie zu dass du land ja da war mein altes maus problem wieder maus wieder finden da ist es also ich glaube da haben wir die auf weg sie zumindest so aus nach dort geht es weiter ja ja toll ich darf mich hier nicht mal umsetzen da wirst du schon angegriffen von den scheiß wie gern wer bist du denn schon wieder nach so einer der den ich der dir sonst auf den kopf wenn du nicht zu nahe rankommen lassen dann eben so ich krieg kann nicht mehr strecken geht nicht mehr hau ab erwähnte ich schon dass ich die nicht mag falls nicht sage ich dir ist hier mit normal in aller deutlichkeit ich mag dich nicht so das hast du davon so hier ja 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 ist ja gut erstmal einfach mal vorweg paar pfeile crowd control und so ich weiß nicht warum ich die dinger zerschießen kann wenn er so ich finde gar nicht dass wir da noch außen rum gehen müssen ich finde wir gehen gleich mal richtung boss wir sind jetzt schon bei 12 28 und noch eine folge werde ich heute nicht mehr aufnehmen also ziehe ich das jetzt durch mehr als es verkacken kann ich nicht ich hatte eh nicht erwartet dass ich heute abend so weit komme wahrscheinlich muss ich das immer erwarten ich kann es euch nicht sagen harschlöcher so da geht es richtung boss den weg gehen wir jetzt auch ja ja ist ja gut oh das ist ja richtig party was ja du kannst dich mal dezent verpissen die du haus mich nicht auf das doch du hast es nicht bei de 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 haut ab das ist nicht kannst du bei den scheiß mal lassen ich will doch nur zu einem boss und der wird mich dann töten ist das nicht für euch in ordnung überwürfel nehmen wir da liegt was gültiges super langsamer geben auch die blauen sachen aus und ich habe ja auch nix wo ich das noch einpacken kann weil ich glaube nicht dass ich 50.000 irgend inzwischen zusammen habe das war geht zu zweifeln ja ja ist ganz toll was du machst dafür musste aber schon deutlich näher rankommen mein freund so ach hier freunde ich habe euch ja 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 ich weiß dass der boss ist aber ich habe die vermutung ja 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 das hast du so gedacht lasst den scheiß doch mal hier finde ich in ordnung genau den scheiß kannst du dir auch sparen arschloch schnell mal im heiltrang lass es wir müssen da weg wir müssen da weg aha ok das passt ja bei 16 minuten war ja klar ich sag mal danke für zuschauen und scheiß das hätte ich gewinnen können wenn ich jetzt etwas konzentrierter gewesen wäre war ich aber nicht bedanke mich trotzdem für zuschauen und sage bis zum nächsten mal tschüss